Ah! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! JxTag Force Evolution. Wir befinden uns immer noch im ekelhaftesten Duell aller Zeiten. Und zwar im Duell gegen Yumi. Die zerstört die ganze Zeit meine Monster. Die hat jetzt gerade schon zweimal diese scheiß Crush-Karte gezündet und damit einfach alles vernichtet, was ich hab. Ich komm langsam nicht mehr auf mein Leben, klar, Mann! Was mach ich denn jetzt? Aber ich glaub noch Einzug, dann ist die Zukunftsversion endlich mal bereit. Was machst du denn da? Hä, was bringt dir das? Ich versteh nicht, was die da macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay. Solange du meine Zauberkarten nicht berührst, ist alles okay. Ja! Zukunftsversion! Hoffentlich hat der jetzt keine Karten dagegen. Angriffsmodus. Und, 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 ach. Naja, kann ja noch werden, ne? Wenn ich jetzt gleich angreife oder so, dann könnte es ja immer noch passieren. Aber ich glaub, ich hab gewonnen, ne? Ja, klar hab ich gewonnen. Alter, leck mich doch am Arsch. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber an ihrer Stelle hätte ich das schon viel früher verwendet. Nein! Völlig nicht. Oh, schade. Jetzt bringt mir der, 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 ähm, Dingenswandler auch nix mehr. Megawandler. Die will ja Duell in der Länge ziehen. Die will einfach nicht verlieren, die Bitch. Das ist ja nicht normal. In was für einer Welt leben wir denn hier? Okay. Noch zwei Züge, dann ist es eventuell vorbei. Aber auch nur eventuell. Was macht die da? Was hast du vor, Bitch? Egal. Ich beschwöre einfach alles. Und probiere jetzt einfach reinverficken. So. Den zerstört. Cool, ne? Jetzt kann ich ein einziges Mal noch direkt die Lebenspunkte angreifen, wenn er wieder stirbt. Ah, kein Effekt. Ah, okay. Ja! Du bist dran, du bist dran. Noch eins, doch. Komm schon, kein schwarzes Loch. Ah, hat's ja schon benutzt. Oh, ich darf keine ziehen. Ne, komm, aktiviere ich nicht. Oh, oh. Was machst du da? Achso. Ah, ich verstehe. So. Dann probiere ich mal, jetzt endgültig zu töten. Angriff. 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 Und... Angriff. Nein, jetzt kann ich wieder einen holen. Oh! Oh, oh. Okay, gut, dass du das nicht mehr aktivieren kannst. Das ist ja heftig, ey. Na, komm, komm, komm. Go, go. Oh. Ja! Wir haben gewonnen. So geil. 366 dp. Das war ein Duell. Das hat echt ein übles Deck. Ich hab verloren. Ich muss mich wohl mehr anstrengen. Verloren. War aber trotzdem lustig. Müssen wir mal wiederholen. Oh, hier ist er gar nicht. Ja, geil. Wir ficken die alle. Ich hab schon seit 8 Jahren nicht mehr verloren. Immer nur gegen Anker. Diese Bitch. So, jetzt mal. Wir können mal einen Tag verstreichen lassen. Um zu gucken, was passiert. Vielleicht kommt wieder derselbe Dialog. Wer weiß. Zeit, Rafa. Ende des Tages, ja. War schon wieder fast 2000 dp? Da kann ich was dreißen, bitte. Oh, ja. Oh, sie haben Post. Sie haben Post. Sie haben Post. Oh, nee. Was? Heute werden Chessprinston und Bastion Misava ein Duell austragen. Der Verlierer muss sein Zimmer tauschen. Alle sollen bitte nach dem Unterricht zum Duellfeld kommen. Cool. Kann ich ja zugucken. Dün, 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 dün. Nach dem Unterricht, okay. Klassenzimmer. Hallo. Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo. Ja, bitte. Ja, bitte. Dr. Dr. Ja. Dr. Dr. geht's. Cyrus, Chumley. Warte, Jay. Wir möchten auch gerne helfen. Hallo, auch ich kann helfen. Ich kann immer aufhören, so zu gucken. Alexis, halte durch. Ja, bringt ihr doch jetzt weg. Ma, ey. Wieso alle erst einen Kommentar dazu ablassen müssen. Bloß nicht ins Gras beißen. Punkt. Alle sind weg. Okay. Ich sehe die noch alle da rumstehen. Die heutige Lektion ist damit beendet. Super, darauf habe ich schon gewartet. Princeton Misawa, seid ihr bereit? Na klar. Ja, bin ich. Dann lasst uns alle zur Duell Arena gehen. Ja, cool. Ich hoffe, die können bei Duellen... Die können bei Duellen ist besser als die Geschmack bei Freunden. Sieh mal. Muss ich irgendwie Deutsch-Nachhilfe nehmen oder ist das ein total verkorkster Satz? Ich hoffe, die können bei Duellen ist besser als die Geschmack bei Freunden. Ne, macht gar keinen Sinn. Ja. Du hast meine Karten ins Meer geworfen. Hä? Wie bitte? Egal Misawa, ich habe sowas nie getan. Ach, wirklich? Rhodes? Ich habe dich gesehen, Chess. Heute Morgen, Princeton. Du hast sie ins Wasser geworfen. Ha! Das ist selbst für dich zu arm, Princeton. Wer sagt, dass ich nicht meine Karten weggeworfen habe? Ich denke, Bastion und ich hatte einfach ähnliche Decks. Achso. Princeton, du Lügner! Misawa, niemand nennt mich Lügner oder Dieb. Professor Willen, du wärst hiermit. Wer dieses Duell verliert, fliegt. Nein, ohne seine Karten ist Misawas Deck. Ich nehme die Bedingungen an. Ein guter Derland hat immer ein Deck in Reserve. Was? Misawa? Das Deck, das ins Wasser geworfen hat, war ein Übungsdeck. Das hier ist mein richtiges Deck. Guckt mir wie bekannt vor. Ich glaube, das kann man in der Serie vor, ne? Sieh dir meine Decks sechs Decks an. Jedes so mächtig wie das nächste. Wind symbolisiert Geschwindigkeit. Wasser symbolisiert Ruhe. Feuer symbolisiert Aggression. Erde symbolisiert Stoizismus kenne ich gar nicht. Fünsternis und ich bringe Licht in die Schatten. Was? Sechs Decks? Das soll mir Angst machen. Ich verbrenne dich mit Feuer. Ha! Princeton mach dich bereit zu verlieren. Ah! Spiele ich jetzt irgendwie einen von denen oder so? Ich gucke doch nicht mal zu. Fünffach Kombi V, W, X, Y, Z. Okay. Du Schlappi, du schlägst mich in zehn Jahren nicht. Oh! Ich bin bereit. Erlaub mir, Zeuge deiner Strategie zu werden. Ah! Das gefällt mir. Ich bin am Zug. Oh, cool. Die Animationen sind dafür an. Zieh! Ich setze ein Monster. Ich setze eine Karte verdeckt. Mein Spielzug ist beendet. Jetzt komme ich. Ich bin am Zug. Ich ziehe. Und jetzt los. Ich beschwöre mein Monster in andere Positionen. Komm, wir kämpfen. Los! Ich greife mein Monster an. Ah! Puh! Das würde mir wohl wehtun. Was? Ich setze eine Karte. Mein Spielzug ist beendet. Das gefällt mir. Warum gefällt ihm alles? Ich bin am Zug. Zieh! Mach mich stolz. Ich beschwöre mein Monster in Angriffsposition. Das ist ja fast wie eine Yu-Gi-Oh! Folge WTF. Kämpf mit mir. Ich wette, das hast du nicht erwartet. Mein Monster greift an. Also, ich hätte das schon erwartet. Aha! Boah! Das wird mir wohl wehtun. Ich aktiviere meinen Monster Effekt. Und jetzt geht's los! nessa bit. Bis zum nächsten Mal.